Alter, was macht der Typ hier? Oh, Boys, es geht los. Ich hab schon wieder keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich werde nicht gleich am Anfang irgendwie gefickt von so einem Headshot oder so einem Scheißdreck. Scope ist drauf, Leute. Ein Cobra Scope. Mein Lieblingsscope. Mal schauen, ob wir damit heute was reichen. Ich werde versuchen, hinterher zur Schule zu kommen oder zu diesem Krankenhaus, was wir jetzt neu hinzugefügt haben. Sollte irgendwie da hinten sein. Da oben, oder? Oh, keine Ahnung. Ich kenn mich gar nicht so gut aus auf der Map. Also, in diesem neuen Gebiet hier. Könnte ein bisschen kritisch werden, hier jetzt straight hochzulaufen. Aber... Wir sollten überleben. Wir haben eine Weste, wir haben einen Helm. Ein bisschen sollten wir das verweifen. Verweifen. Alter, was macht der Typ hier? Sehr dumm. Sehr dumm. Totz Shotgun, Alter. Sehr dumm. Alter! 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 Ah nein! Wrong Aim-Over-Type! Scheiße! Fuck this shit I'm out! Fuck this shit I'm out! Hey, dieses Haus ist fett geil. Das muss ich merken. Einfach eine Fall in der Erde. Das ist... Das ist zu viel auf einmal. Das ist... Das ist zu viel auf einmal. Nein! 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 Was hat der für eine Waffe gehabt? Ah, da oben ist dieser scheiß Turm. Da gibt's ganz viele Granaten. und die Einbauiyko finden triff. Die meisten kümmern und du siehst, es zu Moviepper und du siehst Monsieur Havebees war das bald. bloßen scheiß messer in der hand er hat schau ihn dir an das ist der wo mich gekillt hat oder der wichser hatte nur eine axt in der hand oh boys oh boys die ist leer verfickt schnell 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 weißt wieso lädt er die scheiße mit einem schuss nach ok jetzt mache ich jagd auf den typen ich check noch kurz das magazin hier ab oder die weste jetzt kann das spiel losgehen sagt es euch die zwei schuss oder drei schuss insgesamt das wird echt ein hartes stück tschüss bis zum nächsten video bis zum nächsten Bis zum nächsten Mal.